moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft wir wollen noch immer unten ein bisschen ausbauen aber wir sind auch schon so weit dass wir noch mal auf diese insel versuchen wollen so hinzugehen zur bäreninsel weil da diese bubble fische diese kugel fische sind und hier können wir auch noch mal holz holen wie viel schrott haben wir jetzt auf tasche drei wir können uns noch mal eine axt bauen und dass wir wahrscheinlich dann eher so wo haben wir die axt hier dann bauen wir da noch mal eine wand hin noch eine werden wir uns nicht leisten können so dann können wir die eben noch nehmen die rein den rest lagern wir erstmal wieder ein so diese beiden tauschen mal die plätze verdoffeln können auch mal hier rein das können wir hier reinpacken die können wir gleich alle essen die können wir wegschmeißen brauchen wir nix mehr von so wie weit ist die insel jetzt alles nicht mehr so weit ja strom richtung ist auch eher die richtung zu der insel und dann machen wir oder wir machen das hier so und dann ist hier die tür würde auch sinn ergeben alter wie viele palmenblätter weg damit weg damit weg damit und damit auch so farbe ist fertig nice das heißt hier können wir jetzt zu ende streichen den bereich so die lasse ich mal so wie die sind weil ich nicht weiß ob wir die noch umtauschen können wie weit sind wir jetzt von der insel ja ich würde sagen können jetzt schon anker werfen und können dann uns dahin auf den weg machen den nehmen wir mit wo ist boris da hinten ok so und hier vorne haben wir direkt schon die erste palme nice okay den einmal hierhin jetzt ist die frage gibt es hier gullibars und heribert's wahrscheinlichkeit ja aber ich sehe bisher kein gullibars und kein gullibars hat bisher uns entdeckt aber ein heribert natürlich dass wir ihm genau auch noch vor die linte gelaufen sind ich hoffe der bleibt da jetzt hängen ach nö gullibars äh heribert bitte ich will nur die natur hier schänden ja ouch nein toll danke heribert ich hoffe der findet jetzt erstmal ein weilchen nicht den weg zu mir runter ja hier haben wir auch noch eine palme also so gehen wir mal da rum heribert hat es mir jetzt echt versaut dass wir direkt hier runter fallen aber immerhin sind wir ihm jetzt für ein weilchen los bis wir oben dann den zweiten wahrscheinlich finden oder hier den von gerade eben nochmal ah ich bin hier hoch hier kommt der Pfeil so aber ich finde es gut dass wir an diesen inseln immer so viel äh so viele planken kriegen also die beiden nehmen wir auch noch mit weil die gerade hier vorne so nah rum liegen ich hoffe jetzt heribert ist nicht hier da hinten ist er aber ich hoffe wir sind jetzt nicht in seinem visier also vielleicht schon mal inventar leer machen von den sachen die wir nicht brauchen hier das brauchen wir auch nicht machen wir mal so okay gehen wir mal hier in die höhle rein stimmt stimmt dreck wollten wir auch noch einen sammeln erde müssen wir gleich nochmal kurz vom schiff äh unsere schaufel abholen was ist das metallerz der schmeißt metallerz weg ich nagel dass er so wertvolle sachen wegschmeißt unerhört ja wir müssen gleich so oder so nochmal hier hin erde holen toll wir müssen an heribert vorbei um hoch zu kommen bleibt uns keine andere wahl ja komm heribert na komm hab deinen spaß ja komm ja komm hier hier entlang ich zeig dir wohin ja das schaffst du es nicht rüber kommt auch schon okay jetzt wird es jetzt wird es gefährlich mit den beiden okay haben wir da eigentlich auch noch auch noch irgendwie bäume ne hier sind keine bäume warum greift äh gulliver nicht einfach mal heribert an oder heribert gulliver dass die sich gegenseitig immer ausschalten so hier kommst du nicht mehr hoch dich will ich haben den da auf ja die palenblätter können weg habe ich sonst noch irgendwas was weg kann nope gerade nicht ouch ja dass der mich jetzt erwischt war auch klar hier müsste auch irgendwo eine truhe sein kiste ja hier hinten okay hier konnten wir alles mitnehmen perfekt ich habe den schatten zum glück noch gesehen aus dem laden brauchen wir erstmal nichts was keine bäume jetzt noch dach hoch so komm hoch und hoch so so den nehmen wir noch mit so den nehmen wir noch mit ich habe noch mit den nehmen wir noch mit dem der die 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 so sonst haben wir hier jetzt nichts mehr was wir mitnehmen wollen ne außer die erde unten in der höhle so das heißt einmal inventar leeren auf dem schiff der müsste diesmal hier hinten irgendwo sein oder wo sind die agonische maid da ist sie ja mit rückwärts laufen kommen wir hier auf jeden fall sicher unten an das funktioniert auf jeden fall also wir tauschen einmal hier die kokosnüsse weil wir ein bisschen durst und hunger haben können dann die idee direkt leer machen hier ein bisschen kokosnuss schmatzen ASMR müssen wir auch noch ein bisschen diesen content hier erfüllen so wo haben wir bodes da können wir eben einmal ganz kurz alles einlagern hier das dahin das hier hin hier kann nichts hin kartoffel kann hier hin die rübe kann hier hin die pilze der bolzen der in die nägel glas machen wir schon eine zweite reihe raus die seile und die ganzen planken jo planken planken haben wir ordentlich die können wir gleich auch mal schnabulieren und dann jetzt noch die schaufel okay von der seite kommen wir nicht dran planken haben wir diesmal sehr viel und das wird wieder zu wenig sein ich weiß jetzt auch nicht wie viele planken haben wir jetzt hier benutzt auf jeden fall sehr viele schon so jetzt brauchen wir aber erde dreck wo war denn der höhlenangang ich glaube da hinten war der genau hier war der so wo ist denn wo ist denn die erde ah hier ah nochmal schrott nice ich sehe schon wir dürfen gleich nochmal eine neue schaufel bauen vier dreck und dann wird die schaufel kaputt super ich weiß nicht vielleicht dürfen wir uns auch noch gleich irgendwie sand holen oder sowas ich bin mir da auch nicht ganz sicher oh hallo boris ah hier die beiden müssen wir noch färben müssen wir noch sehr viel färben so jetzt ist die frage was brauchen wir für kaufel hammer genug perfekt hier kommen wir nicht doch hier kommen wir durch irgendwie durchgeglitscht aber hat funktioniert danke bruders danke für dein feedback so gleich darf ich mir auch noch eine neue dose energy aufmachen die dose gleich von der so da haben wir noch ein schmutz nice acht schmutz haben wir insgesamt mehr gibt es hier nicht okay das ist jetzt schade finde ich ich habe mir wirklich erhofft dass ich hier mehr kriege als nur acht aber naja man kann ja nicht alles haben so dann gehen wir mal wieder auf schiff müssen wir auch einmal wirklich jetzt ganz schnell wenn wir anker lichten ganz schnell nach oben und um lenken ich glaube ich habe mir aber auch den weg ein bisschen zu kompliziert gemacht okay noch ein bisschen das hat geklappt okay so hier will ich eigentlich so viel wie möglich wiese machen für die kleinen viecher jetzt ist die frage was brauchen wir für die erde für wiese blanke kunststoff dann nehmen wir das alles mal hier raus da können wir hier reinpacken und die alle einmal wir machen das mal so das sind jetzt schon 100 126 planken die wir haben also hier sieht man schon 126 planken und wir kriegen vier wiesen draus für hier oben ich habe voll die idee ok den bereich können wir nicht würde ich aber auch lassen wir machen hier die komplette ebene wiese wir machen hier komplett raus wiese ok muss man das vielleicht gießen pflanzen pflanzenwässern ok wir hängen irgendwo fest wieder ja wir hängen hier fest komm schnell und jetzt so und nochmal so komm 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 noch ein bisschen gleich sind wir raus gleich sind wir raus komm komm ok dann können wir das hier jetzt auch nochmal gießen und dann warten wir auf was passiert und dann kriegen wir uns mal jetzt schlafen was ja wieder spät ist 105 tage sind wir schon hier jau ok die wiese sieht nice aus wir brauchen mehr von nutzen also so wie sieht es hier aus machen wir hier nochmal voll ah und Werkzeug und Bolzen muss ich auch nochmal zurück tun der Bolzen kommt hier hin Plastik kann wieder hier hin da drücken wir nochmal hier hin oder warte mal Kletterpflanzen glibber gehört eigentlich hier rein würde ich sagen weil er schon eher das fertige Endmaterial ist so und der Nagel kommt da hin Riesenmuschel wofür brauche ich Riesenmuschel hier fehlt ja nur noch Ei Titanbarren Wolle mehr ist das ja nicht was hier fehlt ah ja und ein Bienenglas wo kriege ich ein Bienenglas her hier kriegen wir Honig aber kein Bienenglas achso übrigens dann können wir ja hier jetzt weiter ausbauen machen wir hier und dann hier die Tür wo wir drei Nägel wieder brauchen hier waren sie nicht hier waren sie genau ich will dass es da rein geht und dann soll hier auch noch eine sein dann müssen wir jetzt nochmal ein paar Nägel machen so und das wird dann die Kantine sein die Schiffskantine und hier die Küche dann müssen wir hier noch irgendwie Arbeitsräume schaffen benötigt Rohkost benötigt Honig so nochmal so und so haben wir hier wieder was ja aber nichts was wir brauchen ah warte wir haben ja ein bisschen was verbraucht da können wir das wieder da rein tun ähm keine haben wir voll Plastik haben wir aber verbraucht dann kann der Rest weg so und so ihr seid frei so 82 haben wir noch so jetzt ist die Frage welche Räumlichkeiten machen wir hier ich würde sagen die die äh Mannschaftsräume machen wir hier da kommt dann die Tür hin so das reicht als Mannschaftsraum dann wird das hier die Lagerbäume komm das können wir sogar auch nach oben beim Kapitän machen so so wie viel Platz haben wir hier noch ah 10 Holz haben wir noch gut wie viel ist hier drinne wenn wir den jetzt so hinpacken ach krass ok aber ich würde sagen vielleicht erst einmal achso warte einmal umdrehen dann ne erstmal einlagern so dann dann machen wir so das kommt hier hin achso wir haben immer noch alter wie viele Bolzen äh Scharniere wir haben machen wir das so das hier so ach komm komm machen wir so ich glaube die Dinger verbrauchen wir am meisten das kann dann hier hin dann das können wir das können wir erstmal in die Küche warte mal nicht wegglitschen bitte erstmal hier einlagern gut das lagern wir erstmal hier hin so Fleisch die Wildbären rohe Kartoffeln gegarte Kartoffeln die kommen auch hier hin so Pilze rohe Rüben die Dinger und so wir müssen mal schauen wie wir das machen ja so das kommt dann hier drüber direkt so was haben wir noch was haben wir noch und federn da hin. Die hier hin. Wird so gehen, würde ich sagen. Und ja. Lagerung läuft dann langsam. Kann ich hier nochmal... Ah, einer fehlt noch. Okay. Wir brauchen gleich wieder Holz. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus 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 Ich bin's, euer Max Deus